Das heißt auch nie, es wird auch bei Iron Maiden am Dienstag das Problem sein. Es kommt alles von den ersten sieben Scheiben und das liegt natürlich an meiner Konditionierung. Ich bin da mit dem Zeugs und das heißt nie, dass die anderen Sachen schlecht sind, aber da kommt dann, wenn es um die Lieblingssachen geht, Das ist glaube ich eines der ungeliebtesten. Absolut, weil sie da New Metal Einflüsse mit verspult haben. Das habe ich mal bei Rebuy gekauft, habe es dann angehört und habe gedacht, das ist nicht Slayer. Das war total lustig. Warte mal, bam bam bam. Passt das alles? So, dass du schön den Kehlkopf aufnimmst. Du kannst aber auch hier hin tun, dann nimmt er den Sound besser auf. Das sind super gute Mikrofone, jetzt muss ich mal bei mir gucken. Rack. Ich muss erst mal einschalten. Wir haben halt hier zu tun. Wir müssen uns ja vorbereiten, Freunde, um da gar nicht zu gucken. Die Show geht ja gleich los. So, jetzt ist es im Moment hier. Jetzt muss ich natürlich hier noch einschalten. Meine Güte, noch mal. So, jetzt haben wir das eingeschaltet. Genau, jetzt läuft das auch. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir fast soweit.